Ich war wieder im Supermarkt, Leute, und ich habe wieder einen Flyer entdeckt. Das ist wieder so ein Flyer-Video. Ihr kennt mein Video über den Aldi-Flyer. Da habe ich ein Video gemacht, das sehr gut angekommen ist, und da gab es wirklich ein Terz, das ist unglaublich. Und auf jeden Fall war ich im Edeka und habe mir hier, naja, Flyer kann man das nicht nennen, ein Heftchen mitgenommen, kostenlos, liegt überall an der Kasse. So, damit alle Menschen das sehen und damit alle Menschen das nehmen und sich angucken und sich inspirieren lassen, was man so essen soll, gesunde Ernährung und für Weihnachten, was soll man da essen. Und das ist wieder ein Schundblatt, was dafür da ist, um etwas zu promoten, damit da mehr davon verkauft wird, so wie Aldi hingegangen ist und gemerkt hat, dass der Absatz immer weniger wird mit Tierprodukten. Und dann geht man hin und promotet Tierprodukte, anstatt das Richtige zu machen, ja, weil ich habe keine Hoffnung überhaupt, dass jemals irgendjemand irgendwas Richtiges macht, okay, anstatt hinzugehen und zu sagen, okay, wir sehen, dass es, die Menschen kaufen immer weniger Tierprodukte, deswegen fördern wir jetzt das Pflanzliche mehr, ne, das wäre die logische Schlussfolgerung. Aber was macht man? Nein, man geht hin und sagt, okay, die kaufen weniger Tierprodukte, wir müssen das fördern. Ja, ganz klar. So wie die Menschen halt nun mal sind, ne, völlig empathielos und herzlos und was auch immer. Und auf jeden Fall habe ich hier so ein Schundblatt mitgenommen und auf jeden Fall hier so ganz, ganz toll, gucken wir uns hier erstmal an, das heißt mit Liebe, ja, es geht um Weihnachten und Liebe und alles ist schön und gut. Und auf jeden Fall hier so eine fröhliche Frau drauf gemalt, ne, und denkt man sich erstmal gar nicht dran und hier geht es halt um Weihnachtsrezepte und so. Und dann gucken wir uns mal den ganzen, äh, das ganze Blatt an und da natürlich, wie soll man Weihnachten feiern? Und dann natürlich mit einer toten Gans, ne, Weihnachten, ganz und gar Weihnachten, ne, wieder so ein lustiger Spruch, ein lustiger Mensch drauf zu sehen, haha, das ist so lustig, hier, äh, unsere neueste Zeitschrift da, hier ein totes Tier, ja, gegen seinen Willen gestorben, es wollte leben, wir haben ihm sein Leben genommen, wir haben ihm die Kehle durchgeschnitten. Hahaha, so lustig, haha, ne, in diesem Sinne, halt wie die, äh, wie die Menschen nun mal so sind, ne, keinerlei, wirklich, ne, völlig herzlose, empathielose Menschen und, äh, ja, das ist so der neueste Flyer, den ich gefunden habe, ja, das neueste, was da in den Supermärkten jetzt drin liegt. Ich denke, du kannst auch zu Penny gehen und zu Netto und wie die ganzen Läden heißen und, äh, ja, es wird immer nur, genau wie bei Aldi, immer nur Tierprodukte promotet. Warum kann das nicht ganz genauso aussehen, nur dem toten Tier, dass da pflanzliche Nahrungsmittel drauf sind, pflanzliche Pizza, pflanzliche Burger oder sowas zu Weihnachten, ja, warum, warum muss immer Tod drauf sein? Warum muss Tod drauf sein? Kann mir das mal jemand erklären? Warum? Warum kann da nicht mal, warum kann, ich, ich habe so ein Video mal gemacht, ja, welcher Supermarkt wird der erste Supermarkt sein, der wirklich Courage zeigt und ein gutes Karma haben will, einen guten Ruf haben will, die hingehen und sagen, wir promoten jetzt pflanzliches, sogar an Weihnachten promoten wir pflanzliches. Vielleicht sollte man nicht, äh, zusammen mit der Familie sitzen, Liebe heucheln, ja, Liebe und Gefühle heucheln und, oh, äh, heute ist das Fest der Liebe und alles besteht nur aus Liebe und ist so schön und gut, äh, ja, genau, und dann sitzen alle am Tisch und essen tote Tiere, ja, also die konsumieren Gewalt und Leid und haben Geld bezahlt. Du sollst Geld bezahlen für Leid, ja, für Gewalt, sowas kannst du nur hinkriegen, wenn du Leid und Gewalt befürwortest, nur so kriegst du ein totes Tier. Hier können wir auch ganz gut sehen, äh, wer sowas promotet, ja, kann man auch ganz gut sehen, so, ja, diese, diese Dinge liegen jetzt in den Supermärkten rum, Leute, ja, ja, die, wenn Leute sowas sehen, ne, oh ja, das sollten wir vielleicht essen, das sollten wir mal machen. Ne, immer promoten, immer das Schlechte fördern, niemals das Gute fördern, ja, das ist, äh, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, Leute, das ist einfach nur, einfach nur erbärmlich und ich warte immer noch da drauf, aber ich glaube, ich werde, äh, in 20 Jahren noch solche Videos wie diese hier machen, wo ich irgendwelche Flyer in die Kamera zeige, wo immer irgendwelche toten Tiere drauf sind, äh, bei Aldi war es dann, stand dann drauf irgendwie gut, gut behandelt, ja, und dann sieht man da, äh, äh, tote Tiere, ja, das ist, das ist, das ist, ja, die werden halt tot gestreichelt, ne, oh ja, braves Tier, braves Tier, ne, ist ganz klar, und das ist einfach nur zum Verzweifeln. Mach das Fest der Liebe, Leute, zu einem Fest, wo man Sachen konsumiert, die kein Tierleid, die kein Leid verursachen, versteht hier, Sachen konsumieren, die, die Gesundheit fördern, die gut vereint sind, die aus Pflanzen gemacht sind, die Natur gibt dir alles, was du brauchst, alles, was du brauchst, wächst aus der Erde und an Bäumen, das ist deine Nahrung. Warum muss man immer für tot Geld bezahlen und diese elende Drecksindustrie aufrechterhalten? Wieso? Wieso kann man das nicht einfach sein lassen? Und hier habe ich noch ein Bild, ja, was ich euch zeigen möchte, das ist das, das erinnert mich eher an Weihnachten, das ist für mich Weihnachten, erst gewählt und tötet der Mensch die Tiere und dann tötet das Fleisch den Menschen. Das ist ganz genau, was passiert, ja, Krankheiten kommen davon, dass man Tierprodukte isst, ist auch, vor allem, wenn man sich auch, wenn man sich mit Ernährung und sowas nicht auskennt, ist das logisch, wenn man irgendwie an Religion glaubt oder Gott oder Karma oder irgend sowas, ja, dass, wenn man Schlechtes macht, kommt Schlechtes zu einem, okay, und ganz genau, das passiert natürlich auch, und dann sitzt du am Tisch und fütterst deinen Kindern diese toten Tiere, diese toten Produkte oder Milchprodukte oder sowas, okay, die von geschändeten und ermordeten Tieren kommen und das ist einfach nur, ja, das ist halt, so ist es einfach immer, so ist es immer gewesen und die Menschen können einfach nicht damit aufhören und, ja, was soll ich noch dazu sagen, Leute, wenn ihr sowas hier im Supermarkt seht, ich weiß auch nicht, das kommt natürlich jetzt in den Müll, wer einen Kamin hat, ich würde das als Kaminfeuer benutzen oder sowas, es ist einfach nur erbärmlich, dass auch Edeka da mitzieht mit diesem ganzen Wahnsinn und wie da Tierprodukte schön fördern und, okay, ich werde euch mal, ich werde noch ein Video zu Weihnachten machen, weil danach gefragt wurde und wir sehen uns im nächsten Video, peace.